ja was aber du mal die freunde und willkommen zu einem kleinen info video und zwar geht es um ein kleines minecraft projekt was ich mit einer person angefangen habe ich hoffe ihr hört meine maus nicht so stark und ja das habe ich schon mal so das mikro mal ein bisschen weiter weg und zwar skyblock wir haben schon eine kleine insel fertig ich bin jetzt gerade noch bei der schmiede die ich gestern gebaut habe beziehungsweise gestern will ich jetzt gerade so das ist jetzt gerade unsere insel hier so ein haus da drüben ein farmhaus mit weizen fahren und so hier haben wir eine scheune mit einem villager oben drin weil der sonst immer abhaut hier haben wir die kleine kreise von kakaobo kaktus fahren hier wollte ich eigentlich was anderes hin bauen aber da ist die insel zu ende also da wollte ich eigentlich die schmiede ursprünglich hin bauen so pferde hier richtig ach so das ist der druck ich habe mich gerade schon gewohnt aber eine person wollte noch nicht den druck noch bauen ja es kann sein das ist jetzt genau das ist das lager aus hier geht es zu unserem haus beziehungsweise aufgezeichnet und so kleines haus also nur eingangsbereich bis jetzt ja dieses baumtor ist zufällig entstanden weil die beiden bäume irgendwie zugleich gewachsen sind durch das lagerhaus zu dem flug schiff hafen also hier kommt dann letztendlich hier so wenn wir hoch genug sind vom level diese welcome schild hin das heißt dass man hier entspannt hier ist eine kleine karte von dem da geht es aber irgendwie noch nicht weiter weil die noch nicht aktualisiert ist ja das war es eigentlich auch das ganze spielen wir auf dem wer ist das snapcraft.net server und das wird dann wahrscheinlich das erste cc display beziehungsweise momentan spiele ich das noch auf dem laptop das bedeutet die aufnahme kann an manchen stellen vielleicht ein bisschen scheiße sei das tut mir sehr leid aber der pc kommt noch nicht der wird im april wahrscheinlich kommen oder so ende april wird dann wahrscheinlich das erst pc display kommen und dann wird sich abgehen arg survival evolved und so weiter also der ganze richtig geile kram die übrigens extrem schwer zu bauen war und ja ausrufplätzen und ja das war's wenn es euch gefallen hat dann zeigt es mir mit einem like beziehungsweise wenn ihr drauf euch darauf freut und wenn ihr am minecraft mit ich hoffe es ist okay weil ich von vielen leuten gehört habe dass sie kein minecraft mögen aber ja es wird dann wahrscheinlich auch fortnight kommen und so also diese ganze krasse kram ja es wird dann auch ein bisschen schocho und bespiked